Sie willkommen zu einem Let's Play von um wir sind gekommen aus Syrien und Prozent er die Werner hat ein bisschen zocken so spontan mal starten ja um es war das erste geschätzt wie geschätzt wie auf dem PC mit Mikrofon und so also ich bin Pascal und hier mein Freund und Hauptlesplayer Andreas Nachnamen wollen wir lieber nicht sagen ja und und jetzt bei an es geht nicht ist egal also wir können hier ein bisschen schießen und so wenn man können wir uns nicht mieten aber dann haben wir uns halt ein Video nicht oder hat man so ein Video wenn man nicht mieten oh schade ob Scheiße ich bin auf dem Tisch angestoßen wenn sie machen sie sind auf der Terrasse also ja man sieht wir zocken schon ganz viel zu jetzt sind er zutig und 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 gehen wir unter dem unter diesem Minzblock und schießen sieht man auf die guck mal auf die Achsen da kommt einfach mal die Patronen einfach mal so ganz chillig aus den Achseln raus like a boss jetzt auch ja stimmt und so jetzt nimm mal doch mal mach 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 äh bonus Mensch warte jetzt hab ich Power jetzt hab ich die Power hin und jetzt kommen auch hier die schwarzen Münzen raus die sind um einiges wertvoller und Gold Diamant und die blauen Münzen und die sind auch wertvoller ja die sind so die tausend Dollar wert wie man wie man es da unten sieht und zum Beispiel wenn ich jetzt sagen wir mal hier das letzte habe was 36.450 Euro ist Dollar Zwingung ähm es ist wahnsinnig viel der kommen unter anderem auch was ich weiß nicht nur schwarzen Münzen sondern auch hab ich hab's zwar schon mal gespielt Probe angezeigt ich noch nie und ich komme ich komm da einfach nicht ich war noch nicht so weit ok also es ist einfach mein erster Tag heute dass man das ein bisschen zockert ja und die hat mir einfach mal spontan das gesagt und ja ok hat gesagt willst du mal ein sinnloses Spiel äh sehen ja dann hat es halt gezeigt ja und einfach nur lol ok ja was ist eigentlich Sinn des Spiels hat keinen großen Sinn ne das ist nur hobbylos es ist einfach nur hobbylos wir spielen das jetzt schon seit fast 40 Minuten insgesamt äh 30 minuten 39 minuten unter Parapal ja wir mir ist es später die äh mir mir die Idee ein kommen ich bin schon wie viele Abonnenten hast du jetzt eigentlich so null haha Opfer hier drei ja weißt du wer einer deiner drei Abonnenten ist ja du ja ich bin so ein Loser so wie jetzt haben wir schon die 40.000 geknackt wer war gespart wir wollen eine Million haben für eine Atombombe aber zuerst wollen wir noch hier die zwei die zwei haben das bringt nix hast du gesehen doch ja da kann man ja mehr äh Münzen holen und ähm dann bringt es richtig viel Geld wenn man den juckt sind einfach so auf den Style wir haben da unten zwei Spastik mit der Pistole die nicht schießen können und wir mit der Maschine mit Maschinengewehr ziehen wir weiter nach oben also mal gucken dass die Kugel nicht rausfliegen okay ja und eigentlich muss man da halt nur die ganze Zeit auf der rechten rechten linken Maustaste linken Maustaste Maustaste mit dem mit dem Pfeiler mit der Maustaste draufhalten und einfach schießen äh da kann man sich halt einfach im Shop da ähm mit dem Plus da wo man drauf schießen dann kommen wir da einfach drauf und ähm habt ihr sicher schon gesehen dass da ein Edit drauf steht da können wir den einfach raus aus dem Spiel machen nein Edit heißt äh wir können den verändern ach so äh wir könnten jetzt dem tatsächlich hier eine 40.000 Dollar knarre immer schinken mach das bei uns mach das bei uns komm unser hat noch kein einziges Upgrade doch unsere hat unsere hat äh schon zwei Upgrades und jetzt machen wir mal jetzt machen wir mal hier einen auf Bro und äh Jo sieht ihr mal wie die Kugeln fliegen ne eigentlich ist es für unrealistische Spiel ja weil wir spielen in Bayern Germany Bayern Germany Bayern Germany ähm sieht man ja da an die Polka da äh sorry für den No Sound äh Ding aber dafür hört ihr uns aber hören wir sie ab uns schon oder bestimmt hoffentlich kommen wir uns mal so später mal angucken äh Apropos äh wir müssen mal schauen was das äh 5 Minuten 5 Minuten es kommt mir echt es kommt mir echt kurz vor ja wie da sieht wie ich spielte fast eine Stunde 40 Minuten 41 Minuten und 30 Sekunden aber es ist so sinnlos guck mal guck mal guck mal auf meine Arm Dinge schieß mit einem Arm was eigentlich bei so eigentlich gar nicht geht aber es ist trotzdem geil finde ich geht schon aber äh die haut ist einfach in den Arm weg ja gehen wir schon wenn da und sie glaube ich eher dass es geht und selbst dazu zu stechen wie im Handgelenk was auch unmittelbar ist es ist man musste einfach nie nachladen ne ja aber wir haben fast 800.000 fast eine Million haben wir jetzt sagen wir machen mal Platzwechsel dann zog ich oder haben wir mal komm lass mich lass mich lass mich noch die 100.000 voll machen na gut daddy aber äh da sind ja die 90.000 und dann der Punkt sind Cent oder nein 49.000 ja und dann dieser Punkt danach ist da äh sind die Cent Quatsch haben wir jetzt tatsächlich 100.000 ich bin dran scheiße doch wir könnten uns mach jetzt komm hau rein und wie ihr gesehen habt kann man jetzt mal 2800 300 ist gestiegen komm wir machen jetzt tauschen tausche warte wir machen jetzt einen Platztausch äh ein bisschen schwierig wegen dem Ladekabel komm einfach ich zeig euch dann erstmal kurz noch schnell äh wie voll unser Akku hier überhaupt ist äh wie voll ist äh wie voll wir denn ja 60% brauchen wir nur 31 um uns angesteckt haben ok ja dann 3 2 1 joh ohne dein scheiß Countdown joh 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 mit dem Nuss da so unterhaltet sich dann unterhaltet sich mit dem Ex-Mitarbeiter vom Rewe Prozent schießt einfach mal auf diesen die Hälfte Mietzloch mehr heute geht es um Julio Kultus mit dem Schilder der Schichter nur drauf Alter Junge ihr Übersicht am Parmenzen 8 kr also die wie in dem Tier die Power die letzten 2 und jetzt müssten wir theoretisch die richtig viel da kommt mehr raus ich hab mich geirrt also jetzt von der münzanzahl kommt mehr raus ich sag ja erdölfantäne mit den schwarzen mitzutaten das ist ein bisschen aus wie erdöl mit gold rausgespritzt aber sieht man wie realistisch spielst guck mal auf die waffen da kommt richtiges licht raus titel mal nicht mit dem mikrofon jungen aber jetzt was wir machen das teamwork ich schieße und halt das mikrofon und du steuerst einfach und drückst und space oder nehmen wir es was halt dafür ist das mikrofon so funktioniert nicht mit dem walk nein ich hole mal kurz die pistole schau mal an ob du sie aufrüsten kannst ist toll ey klar das ist verbillig und warte mal wir machen das mit hier oder nee ne dekor warte hier hier die 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 du kannst ich ja und die und die kommen zum ersten Mal versuchen jetzt 9000 und sind ich weiß okay der das auf Klaus und jetzt die Titel Prozent Sprecher ja und ist auch sicherlich Herr Kürzel Soundcheck und wir sieben Prozent am Anfang ist es total langsam ja und vor allem das ist schon fast eine Stunde dreiviertel stundt man jetzt hier schon vor allem und wenn ich meine Mutter nicht nur vom Einkaufen lasst es Junge 10 Minuten eine Minute kann man noch mal eine Minute weil wir können kommen okay das war's für ein Netzplay von Kompakt das war das war's für ein Netzplay von Kronbox 2 Kompakt 0 2 wir werden gleich uns wieder die nächste Folge ähm sitzen und wir sehen uns in der nächsten Folge Folge Nummer 2 bis gleich